Panzer Eron ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Flug und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Panzer Eron ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und vogelähnliches Pokémon, welches hellgrau, dunkelgrau und rot erscheint. Kopf, Körper, Beine, Krallen sowie die obere Feder und die Rückseite aller Federn sind hellgrau gefärbt. Hals, Schwanz und Füße sind dagegen dunkelgrau und ferner färben sich die Innenseiten der drei unteren Federn rot. Der Körper ist seinem Typen entsprechend von stellender Struktur, der obere Teil seines Kopfes ist vertikal spitz geformt und auf ihm wächst ein nach hinten gerichtetes, breites Horn. Die schmalen Augen im Gesicht setzen sich aus gelber Lederhaut und schwarzen Pupillen zusammen, der Unterschnabel ist etwas kürzer als der Oberschnabel und ferner ist damit kleinen Sähnen bestückt. Der zunächst schmale Hals wird zum Rumpf hin breiter und ersetzt sich aus drei breiten, ringförmigen Strukturen zusammen. Der Taus ist oval geformt und die aus hier vier Federn bestehenden Flügel wachsen seitlich. Der spitze, unförmige Schwanz besitzt eine runde Einkerbung, ähnlich dem Blatt auf dem Kopf von Lorblatt. Aus den breiten Oberschenkeln sprießen die eher schmalen Beine, die an den Füßen mit kräftigen Krallen bewaffnet sind. Das Pokémon besitzt dann noch vorne und hinten jeweils eine Kralle hinten, äh zwei vorne und in einer shiny Form ist Panzerion komplett grau-braun gefärbt. Lediglich die Innenseite der drei unteren Federn ist in einer grünen Farbe gehalten. Panzerion nutzt ausschließlich physische und Statusattacken. Seinen Stahl- und Flugtypen verwendet es beispielsweise für Angriffe wie Stahlflügel, Bohrschnabel und Sturzflug. Ansonsten erlernt es einige Statusattacken wie Stachler und Eisenabwehr. Eine Fähigkeit ist Adlerauge und verhindert, dass die Genauigkeit des Pokémon gesenkt wird. Die Fähigkeit Robustheit schützt gegen K.O.-Treffer und die versteckte Fähigkeit ist Bruchrüstung, die den Initiativewert um zwei Stufen erhöht und die Verteidigung um eine Stufe senkt, wenn das Pokémon von einer physischen Attacke getroffen wird. Panzerion trifft man selten an, am ehesten findet man es aber in Berglandschaften in der Nähe von Höhlen wie der Route 45 in der Joto-Region. Seine robusten Flügel scheinen schwer zu sein, aber sie sind hohl und es kann frei emporfliegen. Dabei fliegt es mit 300 Kilometern pro Stunde. Seine Federn sind sehr scharf, man sagt, dass die Menschen die Federn wie Schwerter benutzen. Panzerion ist dabei komplett in einen harten schützenden Panzer eingehüllt und die dornigen Zweige seines Nests bewirken, dass die Flügel seiner Jungen fest und hart werden. Dabei hat Panzerion keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Gift- und Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzen- und Käferattacken, halben Schaden gegen Normal, Flug, Psycho, Drache, Stahl- und Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Feuer- und Elektroattacken, der Rest macht normalen Schaden, Ausnahme ist Generation 2 bis Generation 5, denn dort machen Geist und Unlicht, die ab der 6. Generation normalen Schaden machen, nur halben Schaden.